So meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Die letzte Folge war ja leider unkommentiert, weil irgendwie technisch der Sound in meinem... Also ja, mein Mikrofon irgendwie nicht am Start war. Keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass jetzt wieder das funktioniert. Also zumindest zeigt, dass ich mir jetzt hier an... Kann mich eigentlich erinnern, dass es bei der letzten Folge eigentlich auch angezeigt wurde, aber... Ja, bin mir natürlich... Da hab ich natürlich jetzt nicht hundertprozentig sicher und ja... Irgendwas muss da passiert sein. Auf jeden Fall war da kein In-Game-Sound drin. Und ja, ist ja kacke. Aber ja, ich hoffe, dass ich jetzt gefickst habe und dass ich jetzt wieder in... Weil das ist mein Mikrofon wieder am Start ist. Und das wir jetzt hier mal kurz hier die zweite... Kisten-Challenge machen können mit Leuten einstellen. Zum... Nach Montevianco zurückkehren können. Oder... Oder... Oder ich... oder noch ein paar Blau Münzen von hier. Mal überlegen... Na ne, obwohl... oder komm... Wir machen Montevianco zurück. Können wir auch später machen mit. Bote Münzen. Auch wenn wir diesmal ein bisschen... Weniger Zeit übrig hatten. Trotzdem auch sehr einfach. So... Perfekt. Ah, oder? Wie viel haben wir denn bisher hier? Also, wo stehts? Ähm... Also ich hatte dafür vier Schein-Sprites und... 12 blauen münzen und wir haben schon einige aber da war eine schein spiel weiß noch eine schein spiel kann ich mich noch erinnern die machen wir jetzt schnell eine bonus challenge lol hier ist sogar schon ist der dritte kurs alles klar aber wir waren da nicht über den zweiten also warum sollten wir haben wahrscheinlich schon eben gesehen dass hier eine röhre ist stage drin ja auch für das scheint aber eine ganz einfache und darunter rutsche ja das war's mit den schwierigen schritt kann man lustigerweise überspringen doch nur deswegen ist es auch so einfach weil wie gesagt da unten würde es ein bisschen schwer werden aber sie ist ja ganz auch vor allem mit der schwebedüse ganz einfach überspringen und so dass das kein problem da darf er nur nicht voreilig agieren und es ist ganz ist ganz schnell finito jetzt würde ich aber sagen gehen wir zurück nach montebianco und jetzt was haben wir hier äh wird halt juranja stimmt besiegt hier zum zweiten mal ja doch genau genau das war der unkommentierte part stimmt und ja jetzt kommt das mysterium des schleimsees habe ich zum letzten paar nicht gedacht ich habe im letzten paar dann am ende dann auch nachgedacht ob ich das machen will aber hab's letztendlich nicht gemacht weil es halt hier die nächste challenge auf uns wartet hier gedacht ich mir kommen mache ich diesen part jetzt erst das mache ich ja dann glaube ich irgendwas in montebianco auf piazza der fina auch irgendwas gemacht so ich würde sagen bevor wir zum schleim sie gehen gucke ich mal kurz wie viele blauen münzen wir haben 15 ich bin mir unsicher ich bin mir unsicher mal kurz da oben ob man da ein blauen münzen dran kommt wenn sich die blauen münzen auf jeden fall aber da hinten bei momentan der war gibt es ja auch eine doch da kommt meines landes oder hat auch eine okay die kann ich mich nicht erinnern komisch und wasser kann man die wollte machen ganz einfach rüber zu kommen dann ganz einfach wäre es mit der raketen diese ich glaube ich springe jetzt einfach ja passt er ist natürlich auch passiert dass ich daneben springe aber passt damit haben wir jetzt 18 ok schon besser bin mir aber trotz allem immer noch unsicher warte mal da ist einer der müsste auch eine blumen sein optimal das ist der nummer 19 2 können wir noch nicht bekommen das kann ich euch jetzt schon sagen das dritte auch noch nicht weil wegen dem schleimsee hier kann man logischerweise natürlich nicht drin schwimmen erinnern müsste es noch unter wasser geben hier hinten irgendwo aber ich glaube er ist mir da zwei drei drei stimmt hier unten war auch noch eine schleimwasser landen und hier bei der wildmühle gibt es auch noch zwei stück eine um bei mutantivania also mutantivania war und hier gleich links müsste irgendwo ein hügel sein wo man auch noch mal wie hier gerade eben da hinten wo wo ein zweit mal mutantivania war da wo ich gerade eben die blau mit sehr gut oder im kleinen hügel hier gibt es vielleicht auch noch mal ein wo es auf der selben art hände hier da und das ganze stück noch mal ein 21 und eine kommt noch dazu wenn mich zumindest er hat doch doch defizit auf jeden fall im hundertprozentig sicheres und bei mutantivania oben auf der mühle sei es mal so nicht ja dort wo mutantivania war sondern sage es mal so oben auf der mühle da muss noch einer kommt um mich abzuholen hier da drin da hier da bei der einen da beim fenster da soll jetzt mal da ich will nee da ist nicht ich glaube das ist einfach nur ja keine ahnung warum was nintendo gedacht hat die müssen wir so auf jeden fall killen und dann kriegen wir eine blau münze das ist schon der zweite gegen eine blau münze dropped ganz hinten irgendwo da bei der hügelhöhle da hinten bei der ersten challenge da hinten war ja auch irgendwo eine kleine die eine blau münze dropped hat das klingt schon besser für mich deshalb würde ich sagen gehen wir jetzt zur challenge die ist nämlich da hinten also eigentlich müsste man mit so einem solchen blättern hier da hätten diese da diese komischen da unten sind eigentlich müssen wir sich über so über den schleimsee mache hier arbeiten glaube ich und darüber aber ich habe es immer so hier gemacht so optimal ah und hier gibt es die turbolüse also freischalten bei der challenge brauchen wir nicht und kriegen wir auch können wir auch nicht einsetzen bei uns ja der trackback wieder entnommen wird ich bin schon beim ersten mal so wie sieht die denn aus oh gott die ist schon etwas schwieriger als die erste ja also hier ist fake potenzial am start hier könnte ich failen die ist wirklich nicht so einfach aber ich hoffe mal ich versuche natürlich ein fail zu finden bin ja auch bisher noch gar nicht gestorben ne bin bisher noch gar nicht gestorben so das geht eigentlich noch das ende geht ab so hier aufpassen so die musik ist wie immer nice nice allgemein sunshine besitzt allgemein echt gute soundtracks ja das wird jetzt schwer das ist nicht echt groß durcheinander mal schauen wie ich hier durchkomme so hier gehe ich mal hier wieder zurück so so wieder zurück hier rauf hier rauf hier rauf hier rauf wo ist das ein durcheinander hier wieder rauf jetzt muss ich sie rüber oh mein gott beinahe gefällt aber first try epic so stelle ich mir das vor ja geil heute läuft es bei mir so so machen wir auch gleich weiter wir haben es auch langsam im ende gibt ja insgesamt acht kapitel plus halt die drei bonus dinger der bonus scheint sprites eine von denen haben wir ja schon ach ne stimmt wir können jetzt sogar schon gleich die zweite holen ne ja doch naja jetzt kommen wir wieder sieben wollen wir das noch vorher machen also seht ihr das kann ich euch jetzt schon sagen wie ihr schon im titel seht das hat was mit fata morgana mario zu tun oder mario morgana das kann ich euch jetzt schon sagen jedes siebte kapitel hat mit mario morgana zu tun und das ist das hatte auch priorität jedes du musst bis hier um also hat priorität für den endboss du musst du in jedem kurs bis zum siebten kapitel gespielt haben erst dann kommst du zum endboss das ist ziemlich geil gemacht worden echt wirklich nice auf jeden Fall besser als hier bei den bisherigen oder vorigen also mario 64 war es ja auch eine gewisse sternanzahl mario galaxy war es auch so aber das hier diese idee ist echt geil dass man immer zu einer gewissen kapitel gespielt haben muss um zum endboss zu kommen das ist echt gut geregelt worden weil ich würde sagen bevor wir oder na komm wir machen das schnell geht ganz schnell wirklich wenn wir so eine verfolgungsmission mit vater morgana mario ganz einfach so komm her ich sollte auch gar nicht dafür aushalten das ist auch unlogisch von mir wasser wenn ich das auf ihn schieße das tut ihm weh aber das tut auch weh aber wenn er im wasser schwimmen kann das ist ein bisschen unlogisch da kommt und nimmt auch irgendwie aus irgendeinem keinen schaden keine ahnung boah ich hasse es wenn er mich anrempelt ich hasse es dann kippt irgendwie mario so für ein paar sekunden so um ey nervvoll oh jetzt ist ein witterling er gibt auf jeden Fall auch noch eine blau mit so oh und da ist noch malerei stimmt ach da und ok ah das ergänzt ich dir nicht ich war kurzer kurzer soundprobleme aber vor mir scheiß mit einsam mit ich habe gesagt warte warte ich sage mal erstmal das müssen das andere ich muss ja irgendwo eine stadt sein da ok jo ja was willst du was willst du was willst du was willst du BÄM so könnte auch immer für die 100 Münzen Challenge wichtig sein denn siehst ja jedes mal wenn man die gegen die Wand donnert und droppen die 3 Münzen könnte bei 100 Challenge echt wichtig werden so weiß auch gar nicht was manche machen will wie gesagt dieses wocheende jetzt äh kommt ja der Rico wegen Silvester oh mein ja du ist verarschen und ja vielleicht kann ich ja vielleicht finden wir da ein paar Themen irgendwie oder so und dann können wir da gemeinsam die 100 Münzen Challenge machen mal schauen so soll sich aber besser an ey ihr Dully haut ab so ok jetzt kleiner Epic Fail schnell alter geht mir aus dem Weg ihr Drecksviecher könnt doch gar nichts so 24 hier müsste es doch irgendwo geben warte mal warte mal warte mal warte mal eine hole ich noch jetzt da der Schleimseher weg ist müsste es jetzt hier eine im Wasser geben die hole ich noch schnell also ich hoffe mal dass es die jetzt da ist nein Mario ja ich sehe sie da vorne schon ich sehe sie da vorne schon da komm her da komm her Drecksvieh halt nicht wollte zwar auf ihn springen aber ist ok halt nicht blau münzes ewig türe ich müsste eigentlich sterben wenn man auf die springen keine ahnung aber müsste eigentlich passen aber ihr sagt interessiert eh nicht wir wollten eh nur die Slau-Münze würd wir jetzt 25 haben ich finde nur noch 3 die wir äh äh zum ersten also die wir bisher noch bekommen können die wir bisher bekommen können äh wenn wir zumindest einen wo die jetzt sind müssen wir schwer sogar obwohl mir eine einfällt die gibt es aber erst in acht Kapiteln die anderen zwei muss ich womöglich suchen und der Schmetterling hier im übrigen den ich gerade erwähnt habe der da gerade rumgeflogen ist der ist einer von denen die wir bisher noch nicht bekommen können der muss leider noch warten die rote münzen challenge in der in dem zweiten in der zweiten bonus challenge da und da kommt dann auch die zeit an ob wir dann noch hier kapitel 8 noch schaffen ich glaube aber das war dann ja doch doch kapitel 8 da auch noch mal eine rote münze challenge ich glaube aber das war dann ja doch doch kapitel 8 da auch noch mal eine rote münze challenge muss mir auch noch gedanken machen muss mir auch noch gedanken machen wenn halt Titel und so jetzt haben wir sicher irgendwas mit dem Tantillania bezeichnen irgendwie äh ja muss mir das überlegen aber hier könnte sie wenn wir jetzt wirklich noch die Achtemissionen noch machen dann würde ich sagen irgendwas mit dem Achtrote münzen ja warum nicht so nein zum ersten mal funktioniert einwandfrei aber jetzt äh fail schade ich hoffe mal ok schade boah alter schwede da ging es beinahe schon schief ey ach du heiliger gibt es unten was also ich krieg nix kann ich rüberfliegen Nummer 3 ich hoffe ich hab noch nix verpasst 4 die Zeit müssen wir auch achten 5 ich müsste gut in der Zeit nehmen so wenn es jetzt hier drei stücke ist dann haben wir alle ok gut die sind jetzt hier verteilt dann haben wir alles bisher ich muss uns aber Mühe geben oh shit oh fuck ok passt alter 10 Sekunden noch fuck bald ich schnell oh shit ich glaube ich schaff's nicht mehr ich bin tot ich wäre eigentlich fertig aber trotzdem bin ich auch runter gefallen fuck you tja das kommt davon weil es äh weil es im ersten versuch da so ging der normalen der normalen challenge dafür wurde ich jetzt bestraft ich stehe gleich hier rüber wenn ich am ende nicht nochmal so hier Zeitung habe ich glaube jetzt da habe ich auch viel mehr Zeit ne ja ich habe auch am Anfang ein bisschen ey das war jetzt unnötig das war jetzt unnötig das war jetzt richtig unnötig da kommt Mario jetzt kannst du ja auch nicht mehr oder was so jetzt heißt es hier oben Konzentration Alter darf es nicht nochmal passieren aber jetzt habe ich nicht so viel Zeitdruck wie gerade eben da muss ich mir jetzt halt gerade eben ein bisschen beeilen aber ja jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Zeit das ist auf jeden Fall hilfreicher als vorhin jetzt kann ich mir Zeit nehmen fuck man äh hallo so jetzt kann ich mir die letzte Zeit nehmen so und jetzt so bitte flieg da rauf bitte ach dankeschön ich soll aber nicht voreilig werden ich will sie nicht noch sterben auf dem Weg okay gut oh mein Gott zwei unnötige Fails und den ersten ja der war epic fail ansonsten die anderen zwei waren einfach nur unnötig schade aber wie gesagt natürlich ist bei der normalen Challenge einwandfrei so so und aufgrund der Fails würde ich sagen schaffe wir äh Kapitel 8 auch nicht mehr würde ich sagen aber die Part ist einfach beenden äh ich habe schon blau m 2 und die führung t ja die warte Warte mal Faktmann wieder hoch den ja hier ist noch okay so aber mit dem würde ich sagen wenn ich den tag da unten wäre die nächste ich wünsche dann habe ich die blauen furie ja schon ja doch ich habe habe ich hier geholt als ich hier mit dem die die scheint von dem turm da geholt habe ja okay dann würde ich sagen wenn ich hier die folge wenn solche fallen hat lasst ein like da abonnieren zu passen wollt und bis zum nächsten mal bei supermars sunshine wenn wir hier die 8 rote münzen challenge machen die letzte und vierte in monte bianco